Starke Ball von Franziska Schleiner hier. Finale bayerische Meisterschaften 2018, vier Jahre hintereinander war das hier in Buxheim, nächstes Jahr wird es eventuell wieder neu ausgeschrieben, mal sehen, war eigentlich richtig schön hier, optimale Ausrichtung, natürlich möchten eventuell einige andere Vereine auch mal sowas bei sich haben, obwohl es eher immer schwieriger ist, heutzutage da noch Ausrichter zu finden, wie auch immer. 6-6, erster Satz an Schreiner Tiefenbrunner. Naomi Brankowitsch retourniert. An der Seite von Katharina Michalowar. 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 So, K想象 mit einem bekommen, am Red der Seite von Katharina Michalowar. So, also mit Kupfer avons fest, Kupfer in Sri Lanka zu esperien. Je mag nicht, gut, aber ich sch invade, wie auch nur An �arke zu Anfang cleared. An der Seite von Katharina Michalowar. Hart 2006. Anh Marianne, die Oppending верت Awesome mit der Beечьfinde need er钱 !